hey ja ich bin der liebster und ich heiße willkommen zurück zu einer neuen folge von murama war bei unserem auf dem weg zum genu collage und let's play sind wir weitergekommen mit einem neuen boss kann hier gemacht haben beim letzten mal es ging den ersten bus beim letzten mal gab es auch eine höhle die auflösung haben war auch den ersten bus und nun immer war letztendlich für uns kein großes thema haben wir sagen jetzt das heißt wir uns geht weiter mit dem nächsten immer mit unserem nächsten gebiet er wollte mir ein schwert mieden fällt mir auch gerade ein weil wir ein schwert schmieden das habe ich doch vergessen das ist angesagt und zwar fangen wir an in der mitte haben wir alles fertig hier noch nicht fertig gefällt mir noch eins zumindest und zwar dass wir das genau und war das geführt 29 guck mal an was darf und wartet doch ja ich habe mich schneller aus ja nichts mehr die warten lassen welt aus der die beiden haben wir ja und habe so einen zweiten direkt danach 590 100 drück aber jetzt zwei gesammelt so und zwar so yellow dragon okay aber noch hier noch eins man aber nicht immer ob ja noch welche aber machen wir dann die hier wir fangen an mit dem million blade immer das und das 590 auswahl gegen 590 auch für 70 gibt man über 90 genau in der dragon und er hat mountain girl als fähigkeit und herz und der natürlich ist anders klärt mal bevor das war ich für das beste war mit als der beste zu ist aber jetzt dieses gebiet aber wieder herauskommen erstmal natürlich auch nie denn ich werde mal benutzen oh ja weil sie so interessant aus ok immerhin weil es ja nächstes das war aus so okay so er war eine blatte einmal die benutzen die die serie ist wie stark beeinträchtig haben wir das problem in meinen augen an dem ich dann nehme ich wert ist unbedingt viel weich finde ich aber eine deck So, was da geht? Ja, erwischt. Wieso geht da rein, keine Ahnung, weiter überall schon, weiter schon, da muss ich nochmal reingehen. Oh. Okay. 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 Erwischt. Okay, komm ich nicht hoch. So, da ist nix. Wäre gesagt, ist da nix. So. So. So, wir wollen jetzt nach, wohin soll jetzt hin? Wir müssen nach ISO, ne, nach ISO geht das jetzt. Das heißt, einfach nach links laufen. Ja, einfach nach links laufen, mehr ist das nicht. Aber dann, machen wir das, ne, einfach nach links laufen. Sollte ja kein Problem nachstellen. Ja, komm. Sollte ja kein Thema sein. Gucken, was da dann erwartet. Da war es doch schon. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, das ist mit Glück und hilft mir aber leider in dem Fall auch nicht. So. Okay. Ah. Aber durchgeschnetzelt. 16 Mon, das war ja nix. Naja, kann man nie ändern. Kann man auch nicht ändern. Aber wir haben genug Mon und Rio. Sonst ist ja nicht. Ah. Hier ist nix. Okay. Okay. So. Gucken, was da so los ist. Da haben wir noch die Bucke und deine Inderbeine. Du müsst da ja auch noch. Also, alle. Also, die Bucke und deine Inderbeine. Die doch haben. Werden wir ja dann da sehen, ne. Wenn wir alle, wenn wir alle Items haben. So. Was gibt's hier? Iso. Iso. Gibt's so eine Höhle. Naja. Was hat nix? Also. Es hat nix, sag ich mal. Besser als gar nix. Wo ist nix? Das ist die große Höhle. Warum war sich hier sogar was nixgebiet zurück. War. Waren. War. Waren. So. Die große Höhle. Ich kann sich weiter. Nö. Die. Ich kann sich weiter nö. Ich kann sich weiter nö. 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 Kann ich halt ändern. Nö. 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 dort haben wir ab mit uns weil ich werde damals sechs bis noch zwei bosse noch haben wir noch drei bis zu erledigen ich glaube schon aber immer gucken aber noch so haben wir haben wir auch nur eine höhle da man muss in der zeit bosse hier in der ruga ein bisschen mehr zu tun wir noch gar nicht und micava aber auch noch nicht noch eine höhle wo war ich war glaube ich doch noch nicht aber auch mal bei den oben gelaufen und da lang gelaufen wo war geht auch noch so dass du das haben wir noch tut mir nicht ob dann hier auch ein boss ist naja wenn man beim nächsten mal so ok ok nach aber jetzt noch eine längere folge von uns sind zwei boss kämpfen und mit zu tun und ein riesiger ich glaube dass er die größten die große höhler noch auch also wieder spaßlich aber immerhin diese folge hier machen zu so 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 ok da unten da mal und klar erwischt achten morgen da wollen wir nicht so guckt man selbst hier erwartet so ja dann 92 auf jeden fall an der ist die große gott wieder vorbereitet ich glaube ich schon aufpassen so am am i wo wir hinfliegen das ist größer so Baby? Erich? ja er wisst oh glück ab Exo my okay ja getroffen aber dann war was denn nein warum auch wieder rein Oh. Oh. Woo. er kommt die raus als sonst wie tot bekommen das ist dann Oh Ohhhh Gott Ja ich wollte gerade wechseln man verpassen haben wir haben die noch mehr links in die verloren hat sie feiert der land wird okay ganz so exe ich konnte nichts zu machen nein leider von mist damit wir ihn machen ja 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 Na, ich kann nicht weg. Den wechseln. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich komme da nicht mehr raus aus dem Konter. Ja, eh, wieder. Ich komme wieder nie raus, ne? Ach, gibt's doch nicht. Hm. Puh. Ich muss aufpassen. Was, was? Was war das denn jetzt? Ach man, die Malle so schlecht. Ich hab noch ein bisschen... Ich hab sehr wenig Energie. Okay. Okay. Ich hab' den zumindest ein bisschen Energie sammeln. Okay. Wir haben das geschafft. Warte geht's. Okay. 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 Okay, so is das sicher auch total zu verblenden. Okay. 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 da haben sie voran ok immer wieder 4000 Oh 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 Boah Genau passen Genau passen Ja Oh Wurde ihn wieder Ah Na Ich Wollte gerade weg Wollte gerade weg Wollte gerade weg Ich kam noch nicht mehr weg Echt ärgerlich Ich habe nicht mehr geschafft So weit zu kommen So Oh 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 Okay Oh 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 Oh! Das ist gut! Will der Mann bei 5,000 was? sind wir wieder bei 5.000 und wir haben von denen immer ja schon und ich bin mir auf hier in er hat man war kein problem das war ein problem letzte wolken ok Okay, da nun ja alles. Und ja, sonst ja. Und ja, sonst ja. Und leider auch wieder voll. Jetzt will alle. Aber da haben wir auch noch weggekommen sind, 100 mit dem Leben. Wir haben ja wieder Reste, die wir einfach haben, dass wir geschafft haben, haben wir ja unsere Super-Super-Fähigkeit, die wir quasi unsere Schwerter und der Schwerer macht. Das ist ja dann einfach. Und den Körper. Okay, weiter geht's. So. Dann wird der Samurai. Na dann kommt noch diese Odem. bei den golems oder sind wenn der samurai Das hat er schon Das hat er schon Ich wollte gerade einmal machen ich kann es aber kein schwert mehr so wechseln ja 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 ich habe probleme Ah! Kann ich sonst dummen sagen. Wenn ich das gemacht habe. So vielleicht. Ich wollte gerade weg, ey. Ich schaff auch nie weg zu kommen dann von dem, ne? Ja, du gehst wohl matig. Ich kann auch nie ausweichen. Hm. Ich meine. Ach, das war ja wirklich schlecht. Ach, wir leben noch. Aber, naja. Das wird. Also nicht souverän. Jetzt kommt die, jetzt kommt die vorletzte. Und dann aufpassen. Ich muss gucken, wie Mori ist es. Okay. 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 Mal bei der Ecke. Dann kann ich die beide zusammen erwischen. Alles gut. Sitzung. Okay. So. Ich hab einmal die Ochimuri. Einer war erblich Dann nur der Okay, haben wir erblich So, dann war die erste Welle, jetzt kommt die nächste Die Minuten hat er all right ja ich wollte gerade wechseln ich kann ja solchen nein das ist gemacht war ein weiterer loch okay achte ich weiß das 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 gab genau zu welchen das 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 ich wollte wieder wechseln man ich sehe nicht mehr was passiert ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr sehen was passiert das 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 so das gibt es doch nicht und wir auch passen um die raus erwarten wir mal ich hätte ja da sind ich habe hier probleme ja 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 exzellen ab keine chance ich werde wieder an gang zu bringen meine güte ist das erinnern sind ein beschlag wieder das schwert kaputt und eben auch aufgebaut habe ein muss auch passen und warten ist nicht weiter da sind und zwar mindestens beide also ich muss alle drei haben das nämlich erwischt da gibt es doch nicht aber sie für uns war man Oh. Woo. Ah. mehr macht die suche er wechseln an dieser einfach gegen die beiden die aufpassen wir wechseln der wechsel noch die kohle aus dem glatt im blocken der gang kaputt gehabt was er denn Oh mein! Oh! ich wollte gleich wieder wechseln leider zu spät jetzt kratzt die lücke zu erwischen der wechseln wieder wechseln das ist unfassbar ein winter fahrmann aufpassen wir haben vorliefer sein es soll ja er kriegt man hin irgendwie so passen mit dem muris dass er immer wieder diesen ding abkriege hierbei der leicht gut weg das ist ja nicht aber die auch harte arbeit immer noch mit immer noch die werden ich hätte die blau die mann und er doch gott das doch lieber dann auf die war sein das darf nicht wahr sein dass er das macht es habe die auch meine güte das sei wieder schwierig aber wir haben das ich dachte an dem ist engel haben unser dienst war auch das war wirklich schlecht aber nun ja jetzt und warum uns lag war jetzt haben wir das große seite erhalten was alles platt macht er lasst uns auf die konarzt und audios in spirit reserves ja das ist dann nun ein paar reiche jetzt rücklaufen ach das haben wir uns verdient das war wirklich misst gespielt von mir ich weiß das selbst aber naja er hat sich schafft das zählt am ende gut war es nicht egal 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 war immer an der stelle darunter genau und dann wollen wir da weiter auch einmal nix machen und es gibt arzt geben sie können sind cool ja ohne mit ohne geister die branche sehen kraft mehr wir haben jetzt alles haben wir wieder so schneller und ehrlich sein möchte naja ok wir haben es geschafft trotzdem ich war in die halbe stelle und ich hoffe ihr hattet spaß daran denkt wie immer an die kommentare unter die bewertung noch an die glocke damit ihr wisst wann und wie es weitergeht denkt daran wie ihr folgen könnt auf twitter und auf facebook zu bleiben ihr könnt beitritt im discord server zum quatschen kennenlernen spaß haben mitmachen mitgestalten alles was neues gibt noch viel mehr alles in der video beschreibung und ich sage danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal